Ja, Oslo 2010. Das war ein Ding. Das machen wir nochmal. Aber anders. Und zwar völlig anders. Mit der besten Jury und einem Voting, das es so noch nie gab. Der Countdown läuft. Die Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest 2012. Unser Star für Baku. Ab jetzt ist alles anders. Ab jetzt kannst du die ganze Wahrheit sehen. Ab jetzt zählt jede Sekunde. Unser Star für Baku. Ab Donnerstag, 12. Januar, 20.15 Uhr. ProSieben.